Nach 13 Jahren Zusammenarbeit wird Vincent Kevin, 48, den Schweizerischen Fußballverband zum Ende des Jahres verlassen. Er hatte die Position des Co-Trainers von Murat Jakin inne. Die Schweizer Nati verliert einen Co-Trainer, Vincent Kevin verlässt den Schweizerischen Fußballverband Ende Dezember. Damit endet die Zusammenarbeit nach 13 Jahren. Kevin war seit 2014 für das A-Nationalteam tätig, zuletzt gemeinsam mit Murat Jakin. Mit der Nati hat er an drei Weltmeisterschaften und zwei Europameisterschaften teilgenommen. Der SFV bedankt sich herzlich bei Vincent Kevin, der unter der Leitung der Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld, Wladimir Petkovic und Murat Jakin mit seinen umfassenden Kompetenzen und seinem intensiven Einsatz dazu beigetragen hat, dass sich unser Nationalteam regelmäßig für die UEFA und FIFA Endrunden qualifiziert hat, sagt SFV-Präsident Dominique Blanc. Mit größter Wahrscheinlichkeit wird Kevin seine Karriere im Klubfußball fortsetzen. Er gilt als erster Anwärter auf den Job als Techniker-Direktor beim Superleague-Club Lausanne Sport.